Wo bin ich? Was ist das? Aua! Er stellt sich vor, als wenn ein Kräberknecht da wäre. Oh mein Gott, ich will hier weg! Er stellt sich vor, dass eine böse Spinnerin spinnt. Er fällt vor Angst runter. Aua! Ich muss hier weg! Mann, was ist das für eine Melodie? Ist das der typische Galgenmann? Aua! Wo ist er? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich wäre fast ins Moor geraten! Oh mein Gott, ich hatte einen Schutzengel bei mir! Und ich muss hier sehen, dass etwas Gott Mattel auslebt hatte. Oh mein Gott, ich bin hierber